Das 178 Meter lange Doppelviadukt über das Tal des Flüsschens Blinde im Verlauf der Bahnstrecke Goldab-Gumbenen bei Staatshausen, errichtet in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Das Dorf im Kreis Insterburg hieß bis 1928 Wipeningkern und ist Teil der anhaltischen Lande, einer großen Begüterung des ehemaligen anhaltinischen Fürstenhauses. Das Dorf im Kreis Insterburg